Eine vollständig renovierte Einzimmer-Dachgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wiesbaden-Mitte. 1900 wurde das Wohnhaus erbaut und 2013 saniert. Das Objekt befindet sich in der fünften Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 22 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 274 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.